Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Guten Tag und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um Säuren und Basen nach Arrhenius. Dem Chemiker ist stets daran gelegen, die vielen Stoffe, die uns umgeben, in bestimmte Verbindungsklassen einzuteilen. Warum wird zum Beispiel Essig als Säure bezeichnet? Und warum ist Etznatron eine Base? Nehmen wir zum Beispiel den Begriff der Säure. Seit vielen Jahren ist eine ganze Reihe von Säuren bekannt, von denen ich einige aufzählen möchte. Salzsäure, Schwefelsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure, Blausäure, Flusssäure. Vor einigen hundert Jahren glaubte man, dass der Begriff Säure mit einer chemischen Verbindung, die sich als chemisches Element herausgestellt hat, zusammenhängt. Dieses chemische Element hat das Symbol O. Es handelt sich dabei um Sauerstoff. Lateinisch heißt Sauerstoff Oxygenium. Und dieser Sauerstoff... ... ... ... ... ... ...